Das geht jetzt am Start? Willkommen zu nächster Folge, FIFA Mobile 22. Und Leute, wie ihr schon den Titel gelesen habt, heute gibt es auf jeden Fall ein Team, kleines Teamumbruch. Ich werde auf jeden Fall mein Team heute ein bisschen verbessern und Leute, eine Legende geht weg. Ja, werdet ihr ja jetzt sehen, Leute. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir gleich rein ins Innenmarkt. Erstmal kurz zum Eintenmarkt schnüffeln, denn ich habe auf jeden Fall noch einen Spieler verkauft, Leute. Ich habe Spieler verkauft, aber die Münzen hole ich mir in den nächsten Tagen ab. Dazu auf jeden Fall dann mehr in den nächsten Tagen, Leute. So, gut. Ich würde sagen, wie versprochen gehe ich auf jeden Fall ins Team rein, Leute. Und wir müssen uns, oder ich muss mich von einer Legende verabschieden, nämlich Miro Klose. Ähm, der kostet auf dem Markt irgendwas mit 13, 12 Millionen. Und, ähm, ich habe ja einen 99er, Leute, kann ich natürlich mal reinmachen hier. Ich habe meinen 99er, ähm, von Wales, der, äh, wie heißt er, Moore, oder Moore, ne? Äh, ja, Moore, 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 ja, deswegen, ne? Kommt auf jeden Fall jetzt hier rein, als, ja, Klose-Ersatz quasi. Zack. Genau, Leute. Und auf jeden Fall, ähm, die Ränge, Leute. Die Ränge von auf jeden Fall Miro Klose werden jetzt auf jeden Fall umstrukturiert, quasi, ähm, zu Moore. Ist auf jeden Fall meine Entscheidung quasi, ähm, genau, überschreiten. Also hier Übertragung nehme ich auf ihn hier. Und, Leute, wir hatten ja vor dem Video, oder am Anfang des Videos, hatten wir hier auf jeden Fall, ähm, ein 107er-Team. Vielleicht können wir es ja heute knacken, Leute. Genau, Leute. So, was ist denn jetzt hier eigentlich? Was ist denn jetzt hier Übertragung? Ja, will ich übertragen, genau. So. Zack. Moore. 101er, Leute. Mein erster 100-Plus-Spieler. Haha. Mein erster 100-Plus-Spieler. Und ich habe immer noch 106. Gehen wir mal gleich mal in den Skill-Boost. Denn, ja, genau. Habe mich schon gewundert hier, ne? Habe mich schon gewundert. Ähm, ja, Leute, von heute. Nämlich Skilly, Skilly, Skill-Boost. Ähm, 107? Ja. Auf jeden Fall haben wir die 107 wieder zurück. Und auf jeden Fall ein 100er-Plus-Spieler. Nämlich, ähm, Moore. 101. Mein erster 100-Plus-Spieler. Genau, Leute. Und, ich würde sagen, wir gehen gleich mal in den Markt rein. In den Markt, Markt, Markt. Ähm. Und wir kaufen unseren schönen Miro-Klose. Genau. Hä, wieso kann der nicht verkauft werden? Hä, Leute? Warum? Können die mir das verantworten? Oder die Frage beantworten, warum der nicht verkauft werden kann? Aktueller Preis? Hä? Leute, ich check das sowieso nicht bei manchen Spielern, dass ich die verkaufen kann. Wie ihn zum Beispiel. Und dann ihn wieder nicht. Na gut, er hat jetzt noch Ränge drin. Aber ihn nicht zum Beispiel. Ich check das nicht, Leute. Warum die nicht verkauft werden können. Oder hier Davies, Sterling, Neuer. Warum können die nicht verkauft werden alle? Das verstehe ich nicht, Leute. Manche können verkauft werden, und manche nicht. Ähm. Aber wie gesagt, ich war ja jetzt lange nicht mehr drin in FIFA Mobile. Weil, deswegen, Leute, ne? Ähm. Hä, hä. Ich muss mich noch ein bisschen mehr reinfützen. Auf jeden Fall will ich Miro Klose verkaufen. Ähm. Oder kann man nicht überhaupt verkaufen? Ich weiß nicht mehr, Leute. Auf jeden Fall habe ich hier einen 101er Mora am Start hier. für meinen Miro Klose. Oder auf jeden Fall wird Neuer ersetzt durch 96er Torhüter aus Gorki, den ich letztens gezogen hatte, glaube ich, ne? Der, ähm. Ach, wie heißt er nochmal? Äh. Percock Farel. Ich kenne ihn nicht, Leute. Ich kenne ihn nicht. Aber okay. 107er am Start hier, Leute. 106er. Ähm. Äh, 96er. Was für 106er? Hä, hä. Hat Neuer eigentlich Stränge drin gehabt. Äh. Ja. Die werden wir auf jeden Fall auch, ähm, quasi ummodeln. Nämlich zu den Torhüter. So, wo ist er? Hier ist er. Freischalten. Zack, die Bohne. Zack. Übertragung. 132. Also mehr kann ich gar nicht übertragen, Leute. Weil mir auf jeden Fall die Übertragungspunkte, ähm, fehlen dafür, ne? Und 107 ist noch am Start. Ja, Leute. Skillboost haben wir auf jeden Fall am Start hier noch. Nämlich, genau. Achso, für More noch am Start hier. Für More? Genau. Für More. More, More. Keine Ahnung. Leute, wo Leute. Und auf jeden Fall. Ich spare ja, wie gesagt, die Münzen auf einen geilen neuen, ähm, ZM-Spieler. Ähm, ich überlege aber noch, Leute, ob ich halt aufs Totti warte, ne? Ähm, kommt auf jeden Fall auch Totti raus. Wir haben ja jetzt Mitte Januar. Und, ähm, Totti müsste ja jetzt auch bald kommen, Friend House. So, skilly, skilly, skillboost, Level 10. Und jetzt müssen wir, glaube ich, eine 108er-Bewertung haben. Jawohl, Leute. 108 ist am Start hier, Leute. Ähm, ja, würde ich sagen, machen wir nochmal hier, äh, ich kann ja keine Ränge mal übertragen, Leute, ne? Ich kann ja keine Ränge mehr übertragen, äh, aber okay, Leute. Du würdest sagen, Reims-Dirling übertragen. Hätte ich gerne noch übertragen, zu Damschka, aber wie gesagt, halt die Punkte für ihn mir halten, ja? Äh, Details, trainieren, Übertragung zu Damschka. Der hier. Freischalten. Für ihn, weil, wie gesagt, die Punkte hier. Schade, Schokolade. Aber, ich habe hier noch 4 Points, aber die Points, die würde ich gerne sparen, heh. Für noch ein paar Packs, für ein paar Toadipacks, die ja bald kommen. Aber, ich habe hier noch ein Skillboost frei hier. Ach, für den Torhüter. Der ist auch Level, äh, Level 0. Quasi hier. Geil. Haha. Vielleicht hätten wir heute noch die 109. Wäre ja geil, Leute. Wäre ja nice. Niceer Ase. Wenn wir heute noch hier die 109 schaffen würden. Ansonsten duschen noch ein paar Ränge. Also hier, ähm, Dings hier. Hoch trainieren, hoch pushen hier. Damit wir heute noch die 109 kriegen. Haha. Geil nach Front House. Also, Level 8. Level 9. Und Level 10, Leute. Und die 109 müsste am Start sein. 108 noch. Was können wir hier noch machen, Leute? Was können wir hier noch machen? Hm. Ja, komm, machen wir mal hier. Zack, 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 zack hier. Trainieren, 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 trainieren. Reih die Spieler, ja. Zack, zack. Level 5, Nakatomo. Vielleicht kriegen wir heute sogar noch den zweiten 100er-Plus-Spieler am Start, ja. Oder, ja, ne? Ja. 100 plus. Haha. Mein zweiter 100-Plus-Spieler. Hi, der Witzker. Hi, der Witzker. Bestätigen. So, und 109er-Team, Leute. Haha, Leute. Geiler Hasen, Leute. 109er-Themastart plus noch 200er-Plus-Spieler. 101 und 100 plus. Ähm, ich denke, Leute, wenn das Totti kommt, dann werde ich mir auf jeden Fall, ähm, Gedanken machen. Wegen, wegen einem ZDM oder halt ZOM. Kann ich mir ja frei entscheiden. Das ist ja egal. 433 bleibt ja halt. Du hast halt ZDM oder halt ZOM. Mal schauen, was es alles so gibt, Leute. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall überrascht, warum Closer nicht verkauft werden konnte. Ja, Leute. Deswegen würde ich sagen, war das Video heute ein voller Erfolg. Haha, zwei Rangerstiege gemacht, Leute. Und 200-Plus-Spieler am Start gewesen. Auf jeden Fall werden wir die Tage noch mal Packs öffnen aus dem Landeshilten-Event. Und auf jeden Fall noch, ähm, aus dem Markt die Spieler mehr abholen. Also die Coins mehr abholen. Deswegen würde ich sagen, Leute, Like und Abo da lassen. Haha. Bis jetzt demnächst wieder. Mögen die Macht mit euch sein. Tschüss. Tschüss.